Gamification und Storytelling sind viel zitiert, aber auch oft missverstanden als Buzzwords heutzutage. Sie sind darüber hinaus aber eben nicht nur Buzzwords, sondern sehr kraftvolle Denkplattformen für effiziente und wirkungsvolle Kommunikation. Wenn man die beiden jetzt außerdem auch sinnvoll miteinander kombiniert, können sie wirklich ein ganz erstaunliches Potenzial anschalten. Die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, ist eine der wenigen menschlichen Eigenschaften, die ja tatsächlich einen universalen Charakter aufweisen. Das gilt also durch alle Kulturen hinweg und auch durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Aber was macht jetzt eigentlich eine gute Geschichte aus? Beziehungsweise wie baut man eigentlich eine gute Geschichte auf? Gutes Storytelling folgt auch wieder quer durch die Kulturen und Zeiten hinweg im Wesentlichen immer dem gleichen Handlungsverlauf. Es fängt alles an mit einem Konflikt, steigert sich über den Spannungsaufbau bis hin zum Höhepunkt und flacht ein wenig im Ausgang wieder ab. Die gesamte Entertainment-Industrie nutzt ja dieses Grundprinzip regelmäßig. Und auch die Werbung hat das Geschichtenerzählen schon sehr früh für sich entdeckt und feiert so auch die größten Erfolge. Nehmen wir beispielsweise Bruno, das kleine Comic-Männchen, mit dem HB zur beliebtesten Zigarettenmarke der 60er Jahre geworden ist. Der Handlungsverlauf der eigentlich unzähligen TV-Spots war immer der gleiche. Der kleine Jedermann-Bruno will was ganz Alltägliches tun, ein Bild aufhängen oder einfach nur ein Nickerchen machen. Und natürlich geht irgendwas schief, also der Konflikt zum Beginn der Story. So sehr sich Bruno auch bemüht ist zu richten, es wird immer nur noch schlimmer. Spannungsaufbau. Bis der kleine Choleriker eigentlich nur noch schimpft, was das Zeug hält und irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes an die Decke geht. Der Höhepunkt. Und ihn eigentlich nur die Stimme aus dem Off beruhigen kann. Viele kennen es noch, mein Freund, wer wird denn gleich in die Decke gehen, greife lieber zu HB, dann geht alles wie von selbst. Der Ausgang. Spannungsbogen flacht ab. Heute muss man über so viel Direktheit natürlich fast schon lachen. Ganz so einfach funktioniert es natürlich auch inzwischen nicht mehr. Heute darf man das Ganze ruhig ein wenig mehr sophisticated angehen. Zum Beispiel mit echten Konsumentinnen, die sich mit Unterstützung von DAF aus dem Joch der Ansprüche befreien, die die Beauty-Werbung eigentlich selbst geschaffen hat. Es verwundert dabei nicht, dass beide Kampagnen, also sowohl DAF als auch HB, sehr erfolgreich waren, denn sie erzählen ihnen Geschichten. Und Geschichten bleiben einfach besser haften als rein Fakten. Weil sie eben Informationen in Kontexte setzen, zeitlich relevante Kontexte, und sie so als emotionales Paket rüberbringen. Es gibt aber noch eine weitere menschliche Eigenschaft, die einen wahrhaft universellen Charakter aufweist, genauso wie das Geschichten erzählen. Vielleicht sogar mehr noch, denn sie ist sogar biologischer Natur. Das Lernen durch Spielen. Das Spielerische taucht auch immer wieder in Briefings und Präsentationen auf. Und das auch ganz zu Recht. Denn schon bei Kindern kann man schön sehen, dass sowohl komplexere Zusammenhänge als auch einfachere Zusammenhänge am besten spielerisch erlernt werden. Und auch wenn das manchmal nur eine Klappmechanik in einem Infopost-Standard-Mailing ist, Tests zeigen da ziemlich deutlich, dass Response und Erinnerungsquoten besser ausfallen, wenn der Rezipient beim Rezipieren ein Erfolgserlebnis hat. Sei es, dass er ein Bordspiel verstanden hat oder den Reiz einer Klappmechanik. Schon dieses kleine Erfolgserlebnis führt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit und zu einer erhöhten Aufnahmefähigkeit. Aber warum ist das eigentlich so? Ganz einfach, weil das Belohnungszentrum im Gehirn anspringt. Man kann sich das quasi wie eine Selbstkonditionierung nach Pavlov vorstellen. Der Rezipient löst eine Aufgabe, bekommt dafür einen guten Impuls vom eigenen Gehirn gesendet und Pavlov funktioniert. Heute hat die Gaming-Industrie Hollywood bereits überholt und ist die weltweite Nummer 1 im Entertainmentmarkt. Allein in Deutschland werden 2012 wohl fast eine halbe Milliarde Euro mit Computerspielen umgesetzt. Und wir sehen, dass auch die Kommunikation bereits eine ganze Menge von der Spieleindustrie gelernt hat. Denn wenn wir von Gamification sprechen, meinen wir die Anwendung von spieltypischen Elementen, Mechaniken und Prozessen in spielfremden Systemen, um eben genau diese freiwillige Selbstkonditionierung auszulösen. Am besten stellen wir uns Gamification-Elemente, also als Designmittel vor, mit denen wir ganz bewusst Grenzen setzen. Diese Grenzen aktivieren uns dazu, uns genau so zu verhalten, wie das vorgesehen ist. Und wenn es Spaß macht, diese Regeln und Grenzen zu erfüllen, empfinden wir das auch nicht als starr, sondern als positiv. Auch Bonussysteme wie Payback oder Miles & More nutzen genau diesen Spieltrieb, indem sie nämlich Erfolgreiche sammeln, strukturieren und belohnen. Struktur bedeutet in diesem Zusammenhang also, wissen was zu tun ist. Und belohnen bedeutet motivieren, nicht aufhören, weitermachen, nochmal machen, die Geschichte bis zum Ende verfolgen. Struktur bedeutet in diesem Zusammenhang zu diesem Zusammenhang auch viel Verviolentung, 訪本当es Gleichgewicht und Resultat ihm, und zum Zweig also vom Ste det auf und zum Beispiel nun gehört, zu haben, wir一定 gesehen haben. Scharf ist ein in diesem Zusammenhang, co denkt mal eigentlich bei Useys. das neue Ur haunting directors pixel preço genug sind.